Und da ist er, der Clip der Woche. Immer wieder schön. Ist ja gut. Weißt du, was man mit so einem Kerl machen müsste? Den müsste man an der Haare in die Killerschleife, den Kopf in die Werkbank einspanne, dann mit dem Hammer so lange auf die Kopf schlage, bis er zur Besinnung kommt. Viel zu harmlos, viel zu harmlos, der müsste man die Klamotte vom Leib reißen. Klamotte vom Leib reißen? Dann auf den Zaun gelegt, mit dem die Spitze fehle, verstehst du? Stacheldraht genommen und so lange ausgepeitscht, müssen die Haut in Fenster vom Körper fällt. Viel zu harmlos, ein Sack müsste man auf die Küche zur Schnarle. Viel zu harmlos, ich würde ihm die lange Fondue-Stäbchen durch die Ohren stechen, die Zungen rausreißen, mit dem Kopf auf die Straße knallen und dann müsste er mit seinem Lappe die ganze Straße auflegen, bis er an seiner Kotze erstickt. Genau das ist das, was man mit dir mal machen sollte, der am Samstag seine Straße nicht kehrt. Aber mindestens, der ist noch viel zu harmlos. Alles klar mit euch, Jungs? Ja, ja, alles klar. Ja, ja, dann wollen wir mal wieder, ne? Schönen Samstag noch, ihr Leute. Prost daheim und schafft nicht so viel, gell? Der Drecksack werde ich irgendwann mit dem Rasenmäher ins Gesicht fahren und mit der Heckenschere der Arsch aufreißen. Verlass dich drum.